Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann Heilands wurde Milliarden und Millionen Mal Mein Jesus Barmherzigkeit Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf Für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihrem Bluttränen Dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Und ich kann sie retten Verkünde es Heilands wurde Ich brauche Söhne, Seelen, die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals beten Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter Amen Heiliger Josef, Nährvater Jesu Christi Und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieser Nacht Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig Wir lieben euch Rettet alle Seelen Besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten Mit der großen Bitte Diesen Liebesacht mit jedem Atemzug Mit jedem Bullschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen